Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Sony Playstation 3 und wir spielen heute Call of Duty Modern Warfare 3 auf der französischen Map. Richtig so uns. Ja, wir spielen natürlich, äh, irgendwelche Franzosen quatschen mich gerade voll. Ja, ich bin auf jeden Fall mit der Sniper ausgestattet hier. Spirit Call 50 mit einem Thermalvisier und natürlich noch eine Hakimbo-Waffe, die ich dabei habe. Und ja, mit diesen Waffen werden wir uns gleich in den Kampf begeben, sozusagen, und werden Leute ausschalten, eliminieren und ja. So, mein Headset stürzt gleich ab. Ich habe nicht mal viel Speichler drauf. Man, also dieses Headset, das sage ich euch, das geht mir schon richtig auf die Nüsse. So, Leute, musst du das erstmal suchen, bis ich das gefunden habe. Äh, ich weiß jetzt nicht, wann ich das Video hochladen werde, ob es ein Freitag sein wird, ein Samstag, ein Sonntag. Auf jeden Fall, am nächsten Dienstagabend kommen neue Videos, wenn nichts dazwischen kommt. Und ja. Oh, da haben wir den ersten Gegner, die werden wir schon eliminieren. Mit dem Messer werden wir hingehen und wir werden ihn vernichten. Äh, das war wohl nichts. Naja, auf jeden Fall haben wir den taktischen Einstieg jetzt dabei. Das ist auch schon mal eine gute Nachricht. So. Ist natürlich schön als Infizierter, da man relativ schnell rennt. Infizierter, da hat mich doch eine Bombe tatsächlich in den Tod gerissen. So. Erstmal typischen Einstieg wieder setzen, Leute. Weil man weiß ja nie, wann man wieder tot ist. Wop. Ohne Abend. Wieder Arbeit angesagt, Leute. Viel Arbeit. So. Headset ist tot. Headset ist tot. Headset ist tot, aber ich lebe noch. Da hilft nur eins. Taktischen Einstieg und... Spiele ich gut? Spiele ich gut? Mama mia. Da kämpfen die. Da kämpfen sie bis an das Ende. So. Den Platz haben wir eingenommen. Würde ich sagen. Oh. Irgendwas bringt mich hier die ganze Zeit um. Aber ich weiß nicht, was das ist. Ah. Das sollte man nicht drunter springen, Leute. Als kleiner Tipp für euch. Sieg erzielt. Geek-Gen ausgeschaltet. Oder G-G-N ausgeschaltet. Und wir schauen das letzte Intro von A3 07. X-X A3 07 an. Und ich habe meine Hexel auf den Boden gefallen. See you later, Alligator. Das war es mal wieder von eurem YouTube Gamescom. Ciao. Ciao.